Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen reagiere ich auch heute wieder auf den neuen Fortnite Shop. Der kommt jetzt gleich raus. Ich mache mal schon einen Cut und dann schauen wir jetzt mal, was heute so in den Shop reinkommt. Ich hoffe was Neues. Let's go. Und... oh Gott, nichts Neues. Aber ich glaube, dafür kommt heute eine richtig geile neue Funktion, die hier den Shop betrifft. Und zwar ist ja heute das nächste große Update. Das sind wieder Wartungsarbeiten um 10 Uhr gegen die Server offline für den neuen Patch. Und dann steht hier unten auch, dass heute innerhalb einer Stunde... oh, okay. Da haben sie gerade die Nachrichten geupdatet. Was ich aber jetzt kurz zeigen wollte, ist hier nämlich, was hier unten steht, dass für eine Stunde nämlich nicht die Käufe machbar sein werden. Also man kann quasi für eine Stunde jetzt hier nichts kaufen. Und das wird vermutlich damit zusammenhängen, dass endlich die Funktion, die jetzt schon, ich sag mal eine Weile, wirklich eine ganze Weile, schon einige Monate geteasert und geleakt wurde, dass nämlich Käufe für eine gewisse Zeit, nachdem man quasi sich ein Skin gekauft hat, wieder zurückerstattbar sind. Das bedeutet, ihr klickt zum Beispiel aus Versehen jetzt hier auf die Schrapnelhacke, holt sie euch und sagt dann, oh, eigentlich so geil fand ich die gar nicht oder, oh, eigentlich wollte ich die gar nicht kaufen und ich bin nur aus Versehen drauf gekommen. Dann könnt ihr, ich glaube, solange man noch kein Match gespielt hat, die noch zurückgeben. Wenn man dann aber Ingame geht, dann glaube ich, verfällt diese Funktion, also dann kann man es nicht mehr zurückgeben, dann hat man sich quasi dafür entschieden. Aber wenn man jetzt hier so einen Fehlkauf tätigt, dann kann man das quasi wieder rückgängig machen. Finde ich ganz cool. Schadet ja niemandem, dass man das kann. Und dieses Icon hier ist wieder verbuggt. Geil. Aber egal, wir fangen erstmal direkt hier auf der linken Seite mit den Clowns an. Erstmal der weibliche, der Kuckuck mit diesem ziemlich coolen Backpack, der sogar einen kleinen Vorteil hat, weil dieser Ballon immer hinter seiner Deckung halt gut vorguckt. Dadurch ist man meistens als Gegner ein bisschen irritiert. Der männliche hat auch einen ähnlichen Ballon-Backpack, halt so einen Lama. Ich würde mir wahrscheinlich die Skins nur wegen den Backpacks hier holen. Dazu gibt es noch, oder was heißt dazu, auf jeden Fall in dem gleichen Slot haben wir noch die Quietschelhacke. Mit dem ziemlich coolen, aber auch teilweise nervigen Sound, das muss halt jeder selber wissen. Dann haben wir einen meiner absoluten Lieblingsskins, die stachlige Streiterin. Ich finde dieses Kaktuskostüm mega cool. Der Preis ist auch absolut in Ordnung, also den kann ich mega, mega empfehlen, falls ihr den noch nicht habt. Die Hacke würde ich mir eher nicht holen, stachliger Schläger. Sound ist jetzt auch nicht so krass, also weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man jetzt ultra der Kaktus-Fan ist, keine Ahnung, gibt es vielleicht jemanden, der Kaktusse oder Kakteen, Kaktusse, Kakteen mega mag. Sonst, ich finde sie jetzt vom Design her nicht so besonders. Dann haben wir noch den Bombastus-Skin, den habe ich mir zwar gekauft, aber vor allen Dingen nur wegen diesem Backpack hier. Die Hacke, Schrammelle, habe ich mir noch nicht geholt. Oh, Sound ist eigentlich ganz cool. Kommen wir dann schon zur rechten Seite, wie immer, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Gestern habt ihr wieder die 6000 Likes geknackt, vielen, vielen Dank da auf jeden Fall für euren Support. Fangen wir an, erstmal dann auf der rechten Seite mit den Battle Pass-Stufen, immer noch 10 Stufen, 500 XP für 600 V-Bucks, guter Preis. Ich finde euch ja, ob es auch einer der coolsten Skins auf jeden Fall in Fortnite, habe ich früher sehr, sehr viel gespielt. Ja, ich würde sagen 90% der Runden gespielt, inzwischen jetzt relativ selten, aber ich mag immer noch die Farben von dem Skin sehr. Dann die Krakenhacke, habe ich auch noch nicht gekauft, ach doch, habe ich gekauft, aber nicht gespielt. Ich glaube, das wäre eine meiner Lieblingshacken, wenn dieser Kraken da nicht drauf wäre. Wenn es wirklich einfach nur eine goldene Spitzhacke wäre, ich würde die Hacke so feiern, wirklich Leute. Ich wäre einfach nur eine goldene Spitzhacke haben, das wäre meine absolute Lieblingshacke. Mit einem coolen Sound, wäre die mega geil. Einsicht-Skin, leider auch einer meiner absoluten Hass-Skins, finde ich mega hässlich. Bereue ich, dass ich mir den gekauft habe, also würde ich da eher die Finger von lassen. Dann haben wir noch den Häschenhüpf. Ja, es ist ein Fortbewegungs-Mode, heißt also, man kann damit durch die Gegend hoppeln. Allein damit so in einer Reihe mit euren Freunden hintereinander wegzuhoppeln. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, kann ich euch empfehlen, den zu holen. Und als letztes dann noch die Kaktus-Pose, halt passend zu dem Skin. Wenn ihr euch den Skin holt, dann würde ich auch die Kaktus-Pose hier holen. Damit kann man sich so ein bisschen als Kaktus tarnen. Ähm, ja, für den Preis auf jeden Fall, okay. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Frontnet-Shop. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Einfach mal kurz so unterscrollen und jetzt auf Abonnieren klicken, um hier keine neuen Skins im Frontnet-Shop mehr zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch einen spannenden Start in den Tag. Tragt wie immer auch gerne meinen Credit-Code Snogsy ein, wenn ihr mich hier kostenlos unterstützen wollt. Snogsy wie mein Kanal mit einem kleinen E am Ende dran. Alle 14 Tage muss man das neu antragen. Also schaut gerne mal nach, ob ihr noch Snogsy drin zu stehen habt. Und jo, dann würde ich sagen, danke für's Zuschauen. Ja, hier seht ihr übrigens noch die Gewinner von gestern eingeblendet. Ich hatte ja gestern gleich zweimal 1000 V-Bucks an meine Abonnieren verlost. Die Gewinner sieht jetzt hier. Und jo, dann würde ich sagen, danke für's Zuschauen. Wir halten uns da spätestens morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Und heute wieder. Und heute wieder. Ich weiß nicht, was ich heute überrascht. Ich weiß nicht, was ich heute überrascht. Ich weiß nicht, was ich heute überrascht. Oh, das ist wunderschön. Ich weiß nicht, was ich heute überrascht. Also, check out meine anderen Videos. Wenn du gerne mal so gerne mal. Oh, oh boy. Okay. So, wir haben Peekaboo Back. Es hat eine Edit-Style, die es nicht solle, weil es nicht solle ist. Es ist schon mal, weil ich schon mal die Skin. Es hat die Battle Balloon Backbling. Es hat Night-Night, mit einer Edit-Style, Balloon Llama und Picksqueak. Okay. Prickly Patroller is back. Okay. And Prickly Axe. Okay. Splode is back. Comes with Backplane Volatile. I believe this is the second time Shrapnel. I believe this is the second time this set is back. Battle Pass Tears are still here. For 600 V-Bucks, it's a little too early for it. Snorkel Ups, we just had her. Kraken Axe. Okay. In Sight is also back. Comes with Backplane Sight Sling. Uh, Bunny Hop Emote is already back again. It's a good emote. And then the Prickly Pose emote. And that's it for the shop, guys. Kind of a bad shop, but we are getting a new update tomorrow, so that's cool. Uh, but hopefully you guys enjoyed the video. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop, and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.